Jo Leute was geht? Da bin ich unter der Rabida und heute gibt es wieder ein neues Video und zwar habe ich hier mein Zelt gebaut, was jetzt meins sein wird. Ja genau. Und das legen wir jetzt mal hier an die Kamera. Oh mein Gott. So die Kamera legen wir mal kurz hier hin. Oh, dieses Zelt ist zwar ein bisschen schwerer, aber auch in der Gesellschaft, oder? Mit euren Hilfen, mit eurer Hilfe des Abonnentens. Alter Leute, das ist komplett schwerer und das ist übertrieben schwer. Also wer schafft es so etwas zu tragen, Alter, unnormal. Also guck mal Leute, wie schwer das ist. Ist doch wirklich, das ist richtig schwer, aber... Alter, jetzt müssen wir hier mit ganzen Sachen... ... und jetzt hier... ... und jetzt hier... ... und dann hier... ... und dann hier... ... und dann hier... ... Quatsch... ... und dann hier... ... und dann hier... ... ganz schön hier. So... ... und jetzt... .... gehen wir mal rein. Also jetzt ist es noch nicht ganz fertig. Weil... Wehe hier no... Kissen brauchen. Käsen sind immer das Wichtigste bei allen. Also kurz hier drauf. So. Oh mein Gott, Leute. Ist schon so was anstrengend. Also ich meine das Ernst. Das wäre jetzt ein Schwinges. Den Video. Das ist wirklich anstrengend. So. So mein Gott. Und jetzt runter damit. Bam. Jetzt gehen wir mal in unser Haus. Ich kann meine Sachen noch rum tun. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Man kann mich jetzt hier nicht so gut erkennen. Aber hier schon, ne? Oder Leute? Ja, also wir liegen jetzt gerade hier drin. Man kann mich zwar nicht so gut erkennen, aber... Es ist gut. Ich stelle mal von so. Sehr geil. Auf jeden Fall legen wir jetzt mal hier diesen Stuhl erstmal weg. der kommt genau hier hin. Der kommt genau hier hin. Oder? So. Jetzt... Können wir ja auch mal von hier reingehen, ne? Können wir ja auch mal von hier reingehen, ne? Das ist zwar nicht so gut. Es ist jetzt... Ähm... Dunkel. Aber... Ist egal. So Leute. Wir sind fertig hier mit. Ist sehr cool. Man kann mich jetzt nicht so gut sehen in diesem Zelt hier, ne? Eine Tafel. Auf jeden Fall, Leute. Es ist sehr gemütlich in diesem Zelt. Nice. Very, very nice. Also hier kann ich alles machen. Wirklich. Alter. Oh mein Gott. Es geht nicht auf. Warte. Ich muss mein Minecraft Buch rausholen. Ah. Das muss es sein. Ah. Au. Au. Oh. Warte. Ich weiß nicht, ob ich das erkennen kann. Geh mal kurz raus. Ja. Hier. Mein Minecraft Buch. Seit schon sehr sehr lange. Dann hab ich mir irgendwo gekauft. Also bestellt. Beziehungsweise, ne? Kann man alles über Minecraft wissen in diesem Buch. Das packen wir hier rein. Ich weiß nicht, ob das reinpasst. Dann sieht es wieder aus. Ja. So. Das haben wir jetzt hier drin. Und das hier legen wir hier hin. So. Das ist schon mal da. Und was wir jetzt noch brauchen. Ich weiß eigentlich nicht, was wir noch brauchen. Aber das ist von meiner Sim-Card. Das ist das Handys. Im Handy. Zeig ich euch jetzt mal hier eingeblendet. Was? Jetzt haben wir hier... Jetzt haben wir sie... O-O. quarant Penn. Okay, Leute. wir sind fertig und was könnten wir mal noch schreibt es mal bei mir unten in die kommentare was wir noch mitmachen können ich gehe mal kurz gucken was ich so noch schönes finde ich weiß was ist das hier jetzt mal hier drin irgendwie gar nichts beim letzten video hat sich ja dieses iphone 8 verlost bei diesem video verlose ich dieses minecraft spiel ist zwar noch nicht mehr alles dran aber hauptsache ein minecraft spiel und das verlose ich das gleiche das was sie tun was müsst ihr auch also ich habe ja beim letzten video gesagt online dieses video hat schon nicht hochgeladen okay aber ich hatte bei irgendeinem video gesagt dass ihr einfach mich abonnieren muss die gleiche zu aktivieren mich auf instagram zu abonnieren zu ändern oder wie auch immer das heißt und damit ihr dieses minecraft spiel gewinnen könnt muss ihr das gleiche auch tun rein damit also check check alles check check wir passen hier nicht so gut rein aber wir können uns ganz hinsetzen und dafür freuen wir uns auch sehr ist zwar jetzt nicht so gemütlich aber ich habe eine idee also wir nehmen jetzt und zwar ein kissen oder wieso diese dünne nehmen er hat mehr platz ja genau jetzt habe ich ihren kissen hingelegt hier dieser kissen und ja das ist fertig was wir natürlich noch brauchen ist ein fernseher was wir uns mal gemacht habe war es zwar sehr eklig aber das war also eine eklige challenge der hättet immer das mal getragen das ist richtig schwer also wirklich ich komme jetzt sofort ich habe diese leute so die lieben so meckes also meckes meckes also ich finde meckes auch sehr lecker und da kann man alles kaufen und beim nächsten video gibt es diese dart file challenge und was wir treffen das muss der andere uns denjenigen kaufen der das getroffen hat und das wird beim nächsten video vorkommen mit